hallo und willkommen zurück zum mystic quest let's play ich möchte euch an dieser stelle erst einmal bedanken der let's play kommt hier echt gut an finde ich sehr schön mit euch zusammen für mich dieses spiel zu erforschen natürlich auch danke für euren tipps jetzt auch mit der acht und mit der medusa ich hoffe ich kriegs einigermaßen hin ihr habt ja schon gemeint dass es eines der schwereren level rätsel ist rätsel ist ich hoffe mal nicht gedrückt ich habe allerdings muss ich zugeben dieses mal habe ich mich jetzt etwas etwas vorbereitet und mir wurde zumindest gesagt dass diese geckos oder habe ich gelesen mir diese stachel droppen können womit ich den kleinen jungen da bestechen kann ach hier ist auch noch welche haben wir feindlich gerade zwei mal gucken mal gucken diese ist ja nicht also anscheinend diese geckos alter man muss ja immer zwei bildschirme weg damit die wieder wir wollen mal gucken oder auch nicht auf jeden fall dass ich eine acht laufen müsste das auf jeden fall schon mal ein sehr guter tipp ich hoffe ich komme drauf wenn ich wenn ich die stelle sehe wo ich das auch anwenden muss wie habt ihr das eigentlich damals mitbekommen habt ihr irgendwie club nintendo magazin gelesen und da ein tipp bekommen bei der heutigen zeit ist das ja voll einfach mal kurz im internet komplett lösung bämm zack schon hat man die lösung aber damals höchstens wenn auch im schulhof da hat man sich mal ausgetauscht aber sonst kann ich ja nicht erinnern das normal geckos jetzt wieder nur einer da seltsam wo man sich so tipps austauschen konnte außer man hat diese schweineteure nintendo hilfe hotline angerufen hat das irgendwer von euch gemacht also ich habe es nie gemacht weil mir wurde firma von meinen eltern immer eingeimpft das ist viel zu teuer und das macht man nicht wobei ist natürlich da was ich genial gewesen wäre teilweise aber mit euren achter tipp für mich auf jeden fall auch ohne weiter denn ich muss zu irgendeiner oase und da muss ich denn halt die acht laufen ich habe übrigens ich weiß gar nicht mehr wer von euch das war dieses kryptische kommentar eine acht du machen musst habe ich gedeutet ja ja nach achte folge die ist ja mache ich ja sowieso habe ich das soll nicht kapiert dass das mit den rätseln zu tun hat aber ich war jetzt dank für eure hinweise wenn ihr also ihr könnt ruhig mir ein paar kleinere tipps und sowas hinterlassen wie das vielleicht nicht ganz so planlos wird dagegen habe ich nix so riesen spoiler sind das denn ja auch nicht dann ist das spielfluss vielleicht auch etwas besser ich muss jetzt irgendwo oase suchen das weiß ich auf jeden fall mit bäumen wo ich eine acht laufen kann hier war ich schon dieser stachel dadurch ganz schön selten kann das sein da kommen ja nur geko und warum sollen diese gekos hier das droppen und nicht die naja diese das kommt ohne hier level ab sehr schön so was mache ich erst jetzt ich glaube reife das habe ich so gut wie gar nicht Übrigens ich nehme ja das display immer samt sonntags auf und im normalfall bereite ich jetzt auch immer nicht so viel vor sondern spiel das glückliche mal erst den sonntag bevor das ist die sache erscheint deswegen wenn ich das veröffentlicht habe das Video könnt ihr mir gerne tipps geben das nehme ich denn auch bei dem spielenden auf leer ich dachte mir ist das stachel drin seltsam Suchen wir mal etwas weiter Aber es war ich weiß wo dieser junge ja ein eben nur den tipp mit der acht geben Ist das hier schon die oase Muss ich hier eine acht drum herum laufen Aber aber jetzt ohne witz ohne eure tipps Wäre ich da jetzt aber auch nicht Darauf gekommen dass ich hier um solche zwei palmen Na acht laufen muss Also ich glaube Das hätte die folge auf jeden fall wesentlich Hinaus gezögert sage ich mal Warte auf mich Achso der dodo Minder hast du das amulett genommen Warum Ich 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 musste es da wir es geben Mit dem amulett wollte ich meinen bruder auslösen Ja macht Sinn Ach das ist die amanda gar nicht hierfalls dieser verzauberte vogel Sondern bestimmt der mit der harfe Übrigens auch danke für den hinweis dass die musik in der stadt absichtlich weggenommen wurde Ich habe mir sowas schon gedacht aber es ist natürlich auch so ein echt guter knifft der entwickler Um da noch mal so ein bisschen mehr atmosphäre reinzubringen einfach mal etwas wegzunehmen Ich kann euch leider ich habe mir leider die namen der kommentare nicht gemerkt von euch aber danke dass ihr auch jeweils immer so fleißig mit kommentiert Aber da wir als brasser wort und läster blieb papagei Das haben Detektiv panda ja schon herausgefunden so so ganz blöd bin ich ja auch nicht als bahnbrecher benötige ich eine träne der medusa Am ende ich werde dir helfen danke Okay Gut Das schlank macht Sinn Das macht wirklich Sinn Da meinte ich einer von Die hauen jahre schon weit da meinte einer hier kann ja einfach wechseln anscheinend doch nicht Wo diese schwarzen linien das mag ich ja gar nicht Dass das sagen soll Die umgehe ich mal elegant Mumien Natürlich nicht normal tödbar Da kommt hier du die schlange Oder echse Wir haben ganz schön rein hier So schlecht ausgerüstet bin ich doch gar nicht Da geht es anscheinend nicht weiter ich glaube ich stelle mich jetzt aber auch gerade relativ blöd an Ich würde sagen ist nicht so unbedingt meinen dann schon hier Wo ich gerade sagen das sieht so aus als ob man hier durch kann So Dinge Ich habe ja genug pickel da So langsam erkenn ich muster hier Müsste aber mal wieder schnell hier die lebens magie aus Die bell brauche ich hier anscheinend Na komm her komm her So aber wie falls wo ich vorhin Da ist mir gerade echt aufgefallen wie alt man doch wird ne Es ist ein sonntag es regnet Und zwar seit längerer zeit mal wieder Und man freut sich drüber weil so die ganzen sachen im pflanzen im garten und so Die brauche können das ja mal gut gebrauchen es hat jetzt lange nicht geregnet Da merkt man echt wie alt man wird Kann ich hier nicht irgendwo durch Gucken Weil er dürfte man da eine teuche Aber daran merkt man es hat als kind war wegen tag war richtig kacke und das denkt man so auch ja die pflanzen können es ja gebrauchen ist in ordnung Ich habe hier von mich her Ich habe ganz schön große höhle Das sieht ja wichtig aus Oh sieht mal was getötet Hier komme ich an dem bein vorbei ich weiß meine magie jetzt nicht für irgendwelche flammen zauber verschwenden Weil ich denke mal die lebens Zauber kann ich hier dringender gebrauchen Aber so langsam rufe ich mich ein würde ich sagen Ich halte mich manchmal Ich halte mich manchmal Profilaktisch ich habe hier immerhin 100 lebenspunkte Boah ist echt groß die Höhle ne Das schlimm ist wenn das so groß ist habe ich immer das Gefühl dass ich eventuell irgendwo einen Geheimgang vergessen habe Also bisher glaube ich auch nicht dass ich im kreis laufe oder Ne Also hier war ich definitiv noch nicht Ja Boah Auch wo war ich sie schon mal nie Kann man Verschlossen Ja Da habe ich ja zum glück schlüssel Die fehler vom anfang mache ich ja nicht noch mal Was geht hier Hier ist so eine stange zum ran ziehen Ich muss irgendeine rätsel lösen Öffnet sich nicht Wo sie mich bestimmter Da werde ich jetzt aber mal die Feuermagie anwenden Aber hier schalten rätsel zu sagen Pickel gefunden Sehr schön Ach muss ich das hier Schon weg sensen Ach nee das ist ja zufällig dass ich die dinger finde Ich bin dazu sehr in diesem modernen spielen drin So nach motto in den raum wo du irgendwas findest wirst du es auch brauchen Okay Wenn ich jetzt rüber schwinge Na dann könnte sie eventuell aufbleiben Würde zumindest einigermaßen sinn machen Ja Hey Was ist hier drin Du findest den Eis zauber Zauber erlernt Oh schön Ich hab jetzt das fast mit halb mit du sei gerechnet aber Ne war auch so ein Eis zauber Oder muss sie hier vielleicht jetzt irgendwo weiter Immer ja alles abstecken Ander von euch meint ihr immer das in den normalen richtungen nur Und wie sagt über solche tipps bin ich immer sehr sehr dankbar auf jeden fall Ich nehme hier das sie was schwer das ist doch besser da hat da hat der waterwind meine ich hat das ja gesagt dass das sie was schwert seinem lieblingswaffe ist hat auch schon recht Das ist schon cool vor allem hier so schön mit dem schwert irgendwo durch zu sensen das ist noch ein ganz anderes gefühl Verschlossen ja ich habe ja schön müsse Also ein bisschen merkt man natürlich so allgemein im spiel an dass das ein kind seiner zeit ist aber ich glaube das ist sogar 1990 rausgekommen Und wie war es ganz am anfang des gameboy lebenszyklus ist und da kann ich auf jeden fall verstehen Gold gefunden habe ich dir nicht schon den golden Wie alle fast nicht war also ich finde es echt schade dass ich das damals nicht gehabt hatte also ich hätte das spiel echt geliebt Vor allem das ist ja weit vor selder erschienen und so weiter also das ist schon Echte feine sache so weil ich heute gucken Ne habe ich schon wenn ich gar nicht kaufen müssen Wie immer wenn der abklopfen Hat nichts zu sagen Da schreitzt in diesem bereich der höhle ja nur in anführungsstrichen Den zauber Und halt das lüstungsteil hier gegeben zu haben Ich frag mich ob ich den zauber bei der medusa brauche aber warum sollte eine medusa jetzt ausgerechnet gegen eis empfindlich sein Keine ahnung ist ja auch wo ist ja hier war ich definitiv noch nicht Hä 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 Aha Vielleicht muss ich hier den eiszauber Dass ich hier das Das wasser quasi gefriere Ne Hätte ja sein können Ah cool die kann ich ja so lenken Das ist ja mal lässig Ja 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 Das ist ja cool Ja aber ich glaube das wasser hier kann ich nicht damit Schade Das heißt ja mehr oder weniger ein toter raum hier Wer kann ja Zack Du 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 Das ist auch so typische Typische 8 bit dungeon musik oder Könnte fast so 1 zu 1 zu selder vorkommen So mit usa wo bist du Wo bist du Kannst du noch mehr tragen wieso Aha Hab mir schon gedacht dass da wahrscheinlich nicht umsonst die dinger da sind Jetzt habe ich ja den slot aufgebaut mal gucken was drin ist kugel des schlafs gefunden hast So Was mich raten muss ich jetzt da irgendwie Also solche riesen sind natürlich wirklich jetzt einfach ne Wen schiebe ich jetzt drauf Öffnet sich nicht Vielleicht mit dem eis zauber Wäre aber eigentlich unlogisch ne Ja Oh stonert gerade draußen ich hoffe ihr hört das nicht Hm Kommt hier wieder irgendwie zurück Ja Wie Kann ich den dann mitnehmen Ja eigentlich habe ich ne Ach doch jetzt ist das Ist quasi ständig auf Kann ich gegen stelle nächsten raum Ne Wie kommen wir hier jetzt lang Hm 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 Frage Du bist nicht mehr versteinert Ach die kann mich kann mich heim wenn ich versteinert bin Hm Das hat gerade so rum getönt dass ich bei solchen rätseln gut bin Das ist wenn ich hier quasi was auf dem Boden lege aber es geht nicht ne Hm Hm Das ist auch echt seltsam Das ist auch echt seltsam Ich geh nochmal zurück Ich geh nochmal zurück Da muss ich bestimmt doch irgendwas mit den Spinnen machen oder Also gucken wir mal dass sie wie spawnen Hm 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 Den gehe ich nochmal zwei Felder zurück Weil ich muss doch bestimmt irgendwas machen Weil ich will mal was testen Ja Ja Guter alter sei da mal nie das was du erlernt hast so muss man denn auch nutzen Boah das ist ja Wieso ist denn das da wieder zu jetzt Naja Dann ist das ja zumindest alles wie es hättet So So Pju Wir haben wohl hoffentlich auch die Spinnen wieder da Hey wo sind die blöden Spinnen Überall wie spawnen die Gegner nur da nicht oder was Gehe ich jetzt mal etwas weiter weg Aber erstmal hier wieder vernünftige Waffe hier ausrüsten War hier nicht getroffen So süß wie sie mit ihr durchwirft Ich helfe Ich helfe Ich helfe So Da hoffen dass das jetzt gereicht hat Gehen wir jetzt mal zurück Also ich mag hier überhaupt keine Spinnen ne Also ich hatte mal so richtige Arachnophobie Die ist das mittlerweile zum Glück etwas besser geworden Aber Ich wünsche mir hier wenn es Spinnen Ja das war mein Fehler So Denn wieder aufhacken Jetzt doch bloß ich habe keine Hacken mehr Ich hatte doch so viele Ne 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 Ach Leute Wieso habe ich denn keine Hacken mehr Ich hatte doch so viele Ach Mist Nicht cool Nicht cool Nicht cool Das muss ich hier wieder stundenlang Geweiden bis ich Irgendwelche Hacken kriege Aber raus aus dem Land bekomme ich wahrscheinlich wieder nicht ne Mist Das hat wie ich echt Mist Ich hatte doch immer so viele Ach die schwarzen kann ich ja doch töten Bitte Hacke Bitte lass deine Hacke drin sein Bestimmt irgendein Mist drin Ja dieses Schlafkugel Die brauche ich wie nicht Magie trank gefunden Das fängt hier mit einem Magietrank Ach das ist doch Mist 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 Sorry Leute Das ist jetzt wieder Eine Verzögerung hier Übel Ja Ist mir auch Ich weiß es aber ich sag nicht mehr wo der Ausgang ist um zu gucken ob wir wieder rauskommen Amanda Wirst du mich begleiten Panda Ah Ich komme doch raus ich dachte schon ist jetzt jetzt erst sorry leute müssen wir es gerade einen kleinen umweg machen ich bin ja fast tot sich gerade hier ging es nicht lang doch ihr seht alles so gleich ausfällt und einander ankommen machen immer nichts ach schlagen kann ich dann trotzdem als feld gibt es schlagene felsen keine ahnung also steckt sie das quasi nur auf meine bewegungsmöglichkeiten wo ist nicht kämpfen ich glaube hier ging es lang ich befürchte das wird den kampf gegen die medusa dann auf die nächste folge verschieben weil wir sind schon fast durch wo war ihr laden ja ich glaube der winter mir einen tipp gegeben dass ich sie einfach wegschlagen kann obwohl es eigentlich nicht so meine art ist in solchen spielen da ist in ich mich erst mal schlafen würde ich sagen ja mit ich auf jeden fall geheilt bin so gibt es im waffenladen auch picken also das muss ich sagen das stört mich so irgendwie natürlich nicht aber das stört mich schon an dem spiel da merkt man natürlich auch dass es ein warte ich kann pickel verkaufen diesen bronzeschlüssel war ja auch gar nicht mehr das war ja für den anfang irgendwas jetzt sagt bloß ich hab den jetzt immer übersehen woher habe ich die dem plötzlich sechs stück habe ich irgendwo eingesammelt hilfe ich zweifle langsam an meinem verstand ja 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 ich hab dir auch so gefunden hier kleiner junge hier brauchte ich gar nicht ja 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 ich geh mal nach hause so scheiße ich hab wirklich welche gehabt das ist echt peinlich ihr könnt auch euch gerne in den kommentaren lustig über mich machen ich stehe jetzt hier selber steht es heute auch nicht mehr lieber noch mal einmal die pickel kaufen da kann ich noch mal dran gehen gut dann gehen wir noch mal zur hülle und dann ja komm das geht es hier löse ich noch so ein bisschen länger machen wir noch ja ja komm 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 und dann verschieben wir den kampf gegen die medusa verschieben wir denn auf die nächste folge tut mir leid ich wollte es heute diese folge eigentlich abschließen aber meine trotteligkeit steht dem wege aber fehler zu haben ist nicht schlimm man muss nur dazu stehen sage ich immer fehler macht jeder nimmst du deinen dodo mit ja du willst gleich eh nicht mit so ein bisschen hackt ist die steuerung aber schon ob das egal ist wie ich da durchlaufen da haben wir es dachte schon warte auf mich man da schön dass du zurück bist wie sie vor mir diese ganze zeit da auf mich wartet ja man kommt da wird langsam kalt sollte mich kenne ich jetzt achten kann ich dir jetzt fragen hier dass er mich befreit du bist nicht mehr versteinert hier war es nicht ich spare mir jetzt mal die kämpfe da ist ein geheimgang damit habe ich ja niemals gerechnet ist spinsel da so und ich will auch gar nicht mehr tragen ich wieder nur durch muss ich wahrscheinlich jetzt erst eine sache ablegen und trank vor doch nur das e wertvoller so dann geht es hier bestimmt zur medusa runter wir haben aber die halbe stunden marke erreicht deswegen sage ich vielen dank dass ihr reingeschaut habt wir stellen uns denn in der nächsten folge der medusa danke dass ihr eingeschaut habt und vielen dank für eure kommentare ich freue mich echt über jedes macht es gut bis zum nächsten mal